ich bin nicht ein bisschen gerade ich weiß gleich nicht weiter kriege ich nicht irgendwo noch ein strahl von diesen dinger nach oben ich versuche mal was ich bin nämlich einmal nach unten nach ganz unten meine ich wo wir quasi angefangen haben noch mal einen blick auf die vision zu erhaschen das ist ja super hier da komme ich auf jeden fall weg ich komme da gar nicht mehr weg das hatte ich nicht erwartet ich dachte ich würde da noch mal zurückkommen aber scheint wohl nicht so zu sein ja dann halt nicht das war ziemlich doof was ich da gemacht habe da bin ich auf die leertaste gekommen so das heißt wir müssen hier rüber ich gucke jetzt mal ob ich noch mal nach ganz unten kommen weil ich weiß hier nicht wie es weitergeht hier war glaube ich der kürzere weg um nach unten zu kommen ja war er zack super das ist spitze jetzt muss ich noch eine etage tiefer kommen das war hier dann rennen wir wieder einmal rüber so und von hier aus kommen wir dann auch hier nicht drauf warum nicht nicht verarschen kiste ich muss doch dahin ich muss auch genau die mitte treffen geht das nein da steht man auch natürlich steht man da okay das geht ja mehr kann ich hier für die kiste so ok 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 darüber ok das hat gerade noch klappt geklappt ich werde jetzt auf jeden fall einmal speichern weil da muss ich den ganzen kack nicht noch mal machen und ich gucke mir die vision normal so vielleicht gibt ihm mehr den hinweis dafür haben wir sie ja so vision wiederholen da sind wir hoch gesprungen da sind wir hoch gesprungen da sind wir dran gesprungen da sind wir dran gesprungen da sind wir hoch das ding haben wir gedreht das ding aber gedreht da sind wir rüber das ding haben wir raus gefahren da sind wir rüber da haben wir das es ist so einfach es ist so einfach gut beim nächsten mal fangen wir hier es ist so einfach und ich bin einfach nur zu doof na gut machen wir alles noch mal also nicht alles noch mal sondern wir laufen wieder hoch zack wir kennen ja den weg sollte also nicht allzu lange dauern zack hoffe ich hier geht rüber und dann hier rüber springen und hier rüber laufen hier dran zurück ja hier kommen wir jetzt so rüber das macht die sache ein bisschen einfacher man jetzt ändert die kamera genauso wie sie nicht braucht blödes ding das macht den weg nämlich ein bisschen kürzer die wir da gerade gelaufen sind ja 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 ich weiß ich bin vorsichtig ich bin vorsichtigkeit ich bin so was von vorsichtig dass ich falsch laufe scheiße ich bin doch nicht ganz falsch gelaufen und mit schwung geht es dann hier rüber und wieder mit schwung geht es hier rüber so wir sind ja schon fast da können jetzt die abkürzung laufen weil wir die ganzen sachen schon freigeschaltet haben dass ich da gerade nicht drauf gekommen bin das zu machen das ist echt peinlich peinlich tut mir echt leid gedacht ich wäre nicht so ganz doof aber ich habe mich getäuscht ich bin ganz doof man nimmt einfach das teil und zieht es dahin wo man es gerne hätte dämlich äußerst dämlich so dass das noch in die richtige richtung geschoben werden so jetzt noch genau so was hat es jetzt gemacht gerade im moment erstmal nur nix das ist super das ist toll das ist spitze das ist klasse jetzt leuchtet das das ding an jetzt leuchtet das ding theoretisch unten das tor ist offen warum wir diesen einen umweg jetzt machen mussten kein blassen schimmer und wie kommen jetzt am schnellsten wieder runter den gleichen weg den wir gerade genommen haben wahrscheinlich eher nicht ne ich habe den kürzeste weg ach der genau war ja das mit dem wieder runter gehen gar nicht so verkehrt warum wir das teil auf der seite jetzt da überhaupt anmachen mussten weiß auch kein mensch das war wieder nur damit wir hier länger aufgehalten werden das hatte keine wirklichen das hat überhaupt gar keinen sinn das hatte null bewandten ist aber na gut wollen wir mal nicht so sein wir sind jetzt haben wir jetzt keine schlechte laune weil wir haben das rätsel ja geschafft doch mal endlich und hier geht's rüber genauso wie hier das war knapp dann vorbei er ist noch drüber geschlittert habt ihr gesehen erst noch mit dem fuß drüber ja heute nicht rum ja 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 komm er kann nicht so wir kriegen den neuen dolch ich weiß noch nicht wofür der gut ist ach ernsthaft mädchen ernsthaft wirklich wie zu menka bis jetzt darunter gekommen bist du doof sag mal wie ist jetzt darunter gekommen ich nicht so an wie denn so so schaue ich dich an wie kommt die darunter weißt du hättest du alles selber alleine machen können so wir haben einen neuen eigentlich ist schon kein dolch mehr ist jetzt schon mittlerweile ist ein fettes schwert eigentlich haben wir auch ein neues schwert und keinen neuen kein neun durch und wofür ist das jetzt gut und wo ist das alte weiß auch keine sau was kann das ding es kann mehr schaden machen vermutlich und wahrscheinlich noch irgendwas anderes was mir aber noch nicht ganz erklärt wurde und jetzt ah die tür ist offen sauber die tür öffnet sich ja renn du schon mal vor ich habe ja auch sonst nichts zu tun außerdem zu jetzt zu rennen ja ja komm aggro ey zack da sind wir schon hu ich hoffe da ist jetzt ein speicherpunkt bitte lass da ein speicherpunkt sein oh please ernsthaft speicherpunkt ist wahrscheinlich erst da oben oder kriegen wir vorher noch einen ich wollte gar nicht so lange aufnehmen hier ist natürlich kein speicherpunkt scheiß ja müssen wir durch ne ja komm als wenn ich angst hätte ups ich habe nicht nur angst ich habe auch kein talent ich habe auch kein talent hallo ich habe doch gerade geduckt geduckt auf ja wir kommen hier und warum macht jenny nichts was nicht was sie soll jetzt hat sie mal was gut gemacht und den ging auch noch schwert macht ganz schön böse aua an den gegnern ja ja hilfe 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 immer nur am schreien immer noch heulen mädchen aha ausgetrickst was war das für ein move gerade ja ich habe noch gesehen du hast mir doch schon geholfen was doch alles schon mal du hast doch alles wieder gut gemacht alles wird gut ja ich bin doch schon da also mit dem neuen schwert geht es ganz schön ab muss ich ja sagen das war jetzt aber ziemlich kacke kriege ich das zurück immerhin ich wollte ihn eigentlich zerschneiden das hat aber nicht geklappt machen wir es halt so ach verletzte sauber ah speicherpunkt yes wo ist er wo ist er der speicherpunkt da oben ja sei dank okay ich scheine hier richtig gelaufen zu sein ähm mädchen genau geh mal da durch zeig mal was du kannst naja komm komm mach dich dünn hier ist einer soll ich ihn betätigen noch nicht lasst mich erst auf die plattform erst speicher ich und dann kannst du drehen okay die plattform hoch an allen möglichen sachen hoch springen immer weiter nach oben dinge drehen dinge ausfahren und wieder runter und mich zersägen lassen und sterben okay wir sollen also sterben ja 71% krass beim nächsten mal fangen wir hier an seid ihr schon auf der plattform noch nicht lasst mich erst auf die plattform das wird aber noch nicht passieren denn wir machen in der nächsten aufnahme weiter ich sage viel spaß bis dahin ich weiß nicht ob ich es so geschnitten kriege dass es passt ansonsten bis gleich ansonsten bis morgen macht es gut der eskat und der prinz sagen arrivederci ciao möchtet ihr gehen bevor die geschichte zu ende ist